Heute ist Mittwoch. Welchen Wochentag werden wir in 2023 Tagen haben? Wenn heute Mittwoch ist, dann ist in einem Tag Donnerstag, in zwei Tagen ist Freitag und somit ist in sieben Tagen wieder Mittwoch. Wir werden also überprüfen, wie oft sieben Tage in 2023 Tage hineinpassen. Also nehmen wir diese Division vor, 2023 geteilt durch sieben, das macht ganz genau 289 und der Rest dieser Division ist null. Da also 2023 dasselbe ist wie diese sieben Tage 289 Mal, ist automatisch in 2023 Tagen wieder Mittwoch. Also ist Antwort C die richtige. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik Olympiade beantworten. Untertitelung des ZDF, 2020